heißen ich habe folgende geniale System entwicklen aus dem Ziel von Tobi Gute Idee Tobi mach weiter so genau das meinte was ist jetzt von Tobi stell uns eine Idee vor scheißig aus schweiziger stellung zu einem Weg schattet genug holster worte er hatte ich sicher dass diese Facebook-Nachricht vor Ort vor 30 Minuten verschickt haben vor einigen Sekunden das kann ja nicht sein lassen mich raten scheine von einem hohen so oder da er ist ein Mädchen ist eher weniger Ruhr 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 ich kenne die erreicht und irgendwie lang ist aber die hälfte er schon habe ich irgendwie abgekürzt naja die sieht nicht so toll aus die sind ein bisschen aus dem Tor hier oh mein Gott ey Moment rauch so jetzt weiß ich nicht wie ich weitermachen soll aber das sieht geil aus Atrium fehlt da oder was von außen sieht bestimmt hässlich aus Fick dich von wegen mir sieht es geil aus da fehlt es die seien also Paul Klötze auch vor dem Namen Fäß das ist sein wir sind da ist es gefordert Glück weitergeben auch Martin da hat die Daube die Daube dort die ganze Zeit sagen Rüstet Kürst verbaut durch die Verboten das war nicht das wird der Tag ist ein Kratzer für dich aus dem Wort drauf Nee. Ich schwöre immer schon lang. Also, mir ist fast passiert, dass ich mit Timmermans hier am Baum was abgefällt hab. Ich hab grad doch geschrien, NEIN! Oder wärst du gesagt, der Sammy war so... Ich hab's ganz so gestern wieder ausgemacht, dann hab ich geschrien, NEIN! Und Sammy war so, NEIN! Und ich so, BABE! Das ist aber ausgemacht. Und das war die Story meines Lebens eigentlich. Boah, kranker Shit, ey. Ich schau's mir jetzt mal mal von außen an. Ich will das jetzt auch von unten sehen. Ich bin grad aus dem Fenster gesprungen. Ich auch. Voll der geile Basejump. Okay, schauen wir's uns an. Naja, das sieht ganz cool aus, eigentlich. Naja. Das sieht cool aus! Irgendwie alles so viereckig. Ich hab jetzt perfekt eingeteilt. Ohne ist zu mehr... Dann kann ich's rund machen, das sieht geil aus. Nein, klapp, eh. Ja, wir warten schon. Ja, ich hab nen guten Plan plötzlich. Plötzlich. Ja, wunderbar. Als ich diese wunderschöne Form gesehen hab, ist mir der perfekte Plan gekommen. Ey, ich glaub das erste Mal in deinem Leben, dass du überhaupt nen Plan hast. Wie baut du noch mal Feuerzeug? Mit nem Flint und nem Eisen. Okay. Und dann... Fackel den Baum ab. Ja, du Scheiß, Alter. Das... Ich mach hier nen Brandopfer. Ich wirf'n Tobi in den Keller rein und zitter das ganze Ding an. Ich lausche die Idee immer. Ah, das war so geil in Chemie, gell? Was? Achso. Tobi ist so dumm, denn... Wir haben... Wir tun so ne... So ne... Kupferdrahtrolle anzum... Also so... Angucken. Tobi legt das so... Auf so ein Papier drauf, gell? Schau uns so kurz nicht hin. Das Papier geht so ne Flammen auf, geht so nicht mehr aus. Tobi haut so drauf. Haut mit so ein ander Papier drauf. Das zweite Papier geht auch ne Flammen auf. Ich schlag so... Und dann gebrannt an der Schatzkupferrolli. Die war nur n bisschen warm. Und dann hat der ganze Scheiß angefangen. Tobi war echt ne Geilschein. Das... Das Papier brennt. Tobi nimmt ein zweites Papier und basht auf den Flammen drauf rum. Das... Das zweite Papier geht so ein Flammen auf den Toll. AAAAAAAH! Und ich dachte ja... Oh Gott, was tut der? Dann hab ich... Hab ich überlegt, dass ich mit der Hand draufhauen soll. Aber das hat... Das hat bisschen will getan. Und dann hab ich, äh... Hab ich schnell genommen, hab's ins Waschbecken geworfen. Hab schnell was an, ja. Boah, Alter, war's geil. Das war schon epic. Die Tülle mit dem... Mit dem Zeitpapier drauf. Das geht auch so plötzlich volle Flamme auf. Oh, je, je, je. Also... Das war richtig epic Story hier. Ja, spätestens nächstes Jahr... Scheiße, was falsch gemacht wird. Wir brauchen keine Steintreppen. Scheiße, wir brauchen Slabs. Scheiße. Hast du doch Stein? Ja, nee. Nee, nur 40 Steintreppen. Viel Spaß. Kein Stein mehr. Nee. Dann mach mal... Mach mal aus... Mach mal aus dem restlichen Holz das Slabs noch. Aber... Was aber? Komm. Aha. Nein, nicht Druckplatten. Oh, shit. Ich kann schon was mit Druckplatten anfangen. Ja, typoi nachher. Nein, bei euch nicht. Los, mach Slabs. Das ist laute Druckplatten gemacht, oder was? Das ist ganz ein Holz. Ja, ich meine, da habe ich hier einen Druckplatten. Das ist ein Druckplatten. Das ist eine Druckplatte. Ohne schlecht. Ohne schlecht, sag mal. Ohne andere ... Druck auf den Druckpfechern. auch mal das du kannst auswahlten, komm, hoch, hier. Habe ich gesehen. Kann ich auch hier? Daupp, das ist eine verdammte Baggy-Shot. da ist er stattdreiber auf die Zubehütte drückwärts mit macht die drückplatten weg die zwei mal so tollen Ton wenn man drüber geht immer noch ein Teil von der drüben und das ist die drückplatte wo er die Runde geflogen Hose und wo ist es da ich hab's der Schöpfer herrschuld was ist vom Loch durch reingehend wenn die getrunken wird durch dich das war knapp ich weiß ich weiß nicht das ist einmal wieder die Bestimmungen immer noch an dem Leiter den Bauern ich habe noch nicht mal angefangen das ist mein Gott der Ex-Produktiv das ist gut ich sag's ich sag's ja ich bin grad noch ein Dings abbauen am weil ich muss mir erst mal ist das Fundament machen die Ebenen ja genau du wenn du keine Ahnung hast von dem was du machst dann sag ich nix sicher viel verändert in der Zeit jetzt wo ich weg war direkt ein Slap siehst du auch in den Ecken so einen Schatten nur ganz also oben in den oberen Ecken ja ja da ist ein Schatten da ist das ist gar nicht der ist ganz schwarz Fackel hin fertig da kann ich kein Fackel hin warten okay stimmt scheiße egal was man soll das hat das hat es die jetzt ist die Dunkelheit die Kupf macht hilf mir zwei hier hatte ich jetzt erst an zwischen du da siehst doch Aua schlag mich nicht schlag dich nicht weil ich das ja selber wo ich mir gefallen ich habe jetzt wie ich es machen will aber immer zwei Slaps drüber das macht irgendwie schon keinen Sinn ja das habe ich gerade auch gemacht das muss eins höher das war höher alles es kommt jetzt mal ich was man was am Bach aber nach mir ist der Kzkoliko Kuliko 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 Kappik Kappik ket贅 Klappe Klappe und nicht gebraucht das war die Verschwendung des Selbstlust ja hat vor er verschwendet sich viele Sachen unter anderem Eisen bei dem Mono der Eisenkanz wohl ist easy so die Rohr oder Eisen bei dem die Leiter macht das kommt ich brauche mich schafft morgen oder ein richtigen geilen Orden die Trainer Orden von 100 Euro ist es auch hier ist er aber ich will die Füße im Eisenwilch neidisch nicht darunter Prozent durchs man und verzauberter Bogenstärke 4 und können ich kann steigen und steigen steilung und kristalli habe ich alles mit den Klinik Prozent der Scheinwerke mehr da ich muss jetzt das holen gehen hohr spaß sind ich was die Zeit ist zu erholen holz 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 das hat nicht gepasst da war mein Klappchen noch besser versuch schon Leute berühmt die Leute zu kopieren und fail schon mal das geht ja nicht nein die Knöpfe es gibt keine Knöpfe hör auf 32 Knöpfe jemand das ist so scheiße das tut echt schon weh aber drei Stacks anzulösen das ist auch nicht das ist okay drei Stacks das ist perfekt das ist so kack ja das schafft man das passt so das ist doch schön die müssen aber immer zweitig sein gell nicht nur ein Stick ja ja schon klar ein ganzes da kommt die Musik ausstellen da kommt die Musik auspacken Sound-Effekte ausstellen Sound-Effekte Geräusche da kommt bei dir gerade auch so und ja total hässlich mag ich nicht da kommst du nicht mehr hoch da musst du jetzt irgendwer anders durchbauen warte hey Lanz da kommst du nicht mehr hoch auch schön ich hab keine Ahnung ob das jetzt richtig ist ich seh es nicht ne du bist zu dick oder ne ich hab's richtig ich hab's richtig sag mal mach immer alles richtig das passt doch das passt doch oh das war's nicht richtig sorry ich muss eins wegbauen ja ich mach ich mach ok dann passt es soweit ja die erste Dinge haben wir hier schon sieht geil aus eigentlich von hier oben ich hab noch ein paar Steintreppen und klar nein da kann niemand das scheiß Dach sehen wenn es nicht so hoch ist haha ahaha sonst gefällt es mir äh mach einfach so hier drüben mach einfach so hier drüben weiter mit dem Holz hast du doch Holz oder? ja dann mach mal hier so weiter ich bau das ähm Lager mal im gleichen Design wie unser Farmhaus oder? wie bitte? ich bau's im gleichen Design wie unser Farmhaus äh ja kann schmarrn jetzt wird schon wieder Nacht das waren schon 10 Minuten ok ja wir haben schon Vudelnacht 10 ne jetzt sitz ich mir jetzt ans Bett oooh mami mami alter das scheiße Sand wenn die wacke ich muss die wiederholen und schauen ich muss ins Bett mami versuche die Tauern die zu kopieren oder wat ich muss ins Bett mami ja das hat sich ähter dann Tobi mach dich nicht lustig über Leute die wirklich ins Bett müssen ja wie Sebi hast du denn Martin Hügel ja wieso geht der immer so früh ich verstehe das nicht ich glaub ich glaub also echt geht da auf Bett Sebi ne der geht nicht ins Bett ne der geht nicht ins Bett aber Sebi schaute mal Fernsehen ne aber das Sebi geht ins Bett was das Sebi geht ins Bett um 8 ins Bett ne schulisch um 8 ins Bett ne das kann ich sein doch ne ne doch das ist doch nicht möglich Alter du kannst du auch ne 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 was weiß ich ne 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 Ahnung. Wahrscheinlich ist das Sebi gar nicht erkennt. Jetzt kommt's raus. Kann auch sein. Machst du ja jetzt mal was du Flawisack. Sag mal, du machst ja auch so wenig. Also sag dir nicht. Also ich hab das da extra schon gemacht. Du sagst, ich hab doch kein Holz. Du bist mit dem Holz, Mann. Ich hab nur Stein. Ach so. Okay. Ich hab gleich mal rummecken wie so. Arschgeig. Okay, das ist schon mal ganz schön. Das passt nicht. Scheiße. Da muss Stein hin. Da muss Stein hin. Da muss immer noch Stein hin. Ich hab keinen Stein. Also komm. Ich hab Stein. Nee, ich hab keinen Stein. Lass nur Stein hin, du Spack. Komm her, komm jetzt. Ich bin noch da, Junge. Jetzt mach da Stein hin, ich muss weiter machen. Wo denn? Da muss Stein hin. Ja, hier. Im Eck. Da ist Stein. Nein. Du stehst neben mir, Junge. Da ist kein Stein. Da ist überall Stein. Wow, jetzt hab ich mich geportet. Da ist überall Stein. Jetzt ist das Stein, ich mach kein Stein. Du lachst. What the fucker. Das hab ich gar kein Ton mehr. Will ich auch gar nicht mehr. Ich hab's mal, jetzt ist das wirklich über Stein. Ich hab's mir geportet. Ja, wir sind gearbeitet. Ja, chill. Ja, chill. Chill you're fucking geil. Arbeid, Arbeid, Arbeid. Arbeid, Arbeid. Sag schon mal, ich glaub ich, die Tobi ist so leicht wahnsinnig. Irgendwo ganz tiefen... Aus ihm spricht Jützler. Das schreit hat Ewigkeit. Arbeit macht frei oder was. da muss eine Frage, es war das die Begriffe, es gibt es zu weit ich habe gesagt, alle Arbeit macht frei aber okay, da schäme ich mich jetzt aller Skelette im Scheißhaus kack drauf das bringt mich um auch wenn ich nur so ein Thema geblieben die Marke ein Thema als schießt auf dich wohl das ist das Geld der Fall der Fall der Fall der Geschoss nicht gilt das ist wohl nicht so und mir geht es auch ganz gut ich habe sich ja jetzt Auer auch schütt es gibt Auer HV alle Tobi nicht im Video eine schwere Geburt ja danke halt ich jetzt wissen oh Gott, oh Gott hey Dave will schon mein Co-Spieler werden ich habe gerade das Vertrauen in meinen verloren langsam Co-Spieler ja, mein Assistent muss ich da einen Vertrag unterschreiben oder was? nee, ich habe 20 Uhr am Tag das hat man mir nicht gemacht das hat man mir nicht gemacht mal schau rum das ist jetzt richtig der meint sich schon richtig da kommt Stein hin da ist schon Stein, also fuck, das war falsch ich darf nicht weiterbauen, ok ah, das war auch falsch ich habe kaum noch Stein, man mir gehen die Slaps langsam raus das war schon